So, hallo und herzlich willkommen zu Trouble in Terrorstown und mein Name ist ja Captain Winters und mit dabei hier in der Runde sind der Hörens, der HG und der Vampy. Hallo und guten Tag. Und das Spielprinzip, das kennt ihr und der Vampy ist da oben und Ziel ist es einfach jemanden anzuknallen und ja, das ist halt die Aufgabe des Traitors. Welcher Bastard? Was ist los? Ich wurde angeschossen, das musste aus Richtung... Wo bist du denn? Von wo kam das? Das kam aus der Richtung, äh, wo du aus dem Tunnel rauskommst, geradeaus am Ende links. Ach da, wo Vampy immer campt? Ja, genau. Von daraus wurde ich gerade angeschossen. Der war ja schon wieder der Sack. Ja, der Sack, aber da will ich die Campe hätten, oder was? Ne, ich bin jetzt rumgelaufen. Das Lustigste war, ich wollte direkt loslaufen, grad. Ja, das ist immer blöd. In dem Moment, wo ich gerade die Taste gedrückt habe, da war ich auch schon tot. Ach so. Ich hatte gesehen, dass du dich nichts machst, aber ich dachte, soll ich jetzt drauf warten? Ich kriege das mal aus, man muss sie anhalten, man muss sie töten oder schieß mich dabei. Ja, ich konnte das gut demonstrieren, als du standst ja genau vor mir. Hallo, hören Sie. Hallo, Hage. Mal. Ich hatte Vertrauen in dir. Hörens, na? Na? Ich würde dir nicht mehr trauen. Das ist Zufallsprinzip, dass ich jetzt heute ungefähr 10.000 Mal war. Ja, du hast einen Flatrate heute. Ja, einen Trader-Flat. Ja, Zufallsprinzip, auch, dass du den Server hostest. Ja, habe ich umprogrammiert, dass ich immer der Host bin. Äh, der, der Traitor. Der Host bin ich ja sowieso, aber ich bin, ich bin mehr Horse als, als Host immer. Harry, hast du es? Mal schießt. Hören Sie es? Ich habe nur noch da oben. Das ist schwer, jemanden heimlich hier umzubringen. Ja, frag mich mal. Das ist total. Höchstens mit der Silence kann oder so. Ja, ich denke, das wäre noch eine Option gewesen. HG. Bist du es? Ja. Wieso komme ich denn noch nicht in den 2-Hater-Shop rein? Ja, ich weiß es schon, ich weiß es schon, ich weiß es schon. Soll aber stehen. Naja. Wenn du für den Fall, dass ich es bin, dann kann ich dich so sagen. Wenn sie kriegt, weißt du, hören sie auch Bescheid. Ach so. Ach scheiße, dann muss ich warten, bis wir alleine sind. Liebe Mitspieler. HG. Hey, irgendwas hat er gerade geballert. HG hat geballert. Er hat doch die Schrotflinte von uns. Der ballert den. Können's, ballert auch rum. Hier ballert niemand niemanden. Laut Schleppermann, ich ballert Autodöl. Ey, das ist jemand in den Keller gegangen, oder? Draht vorbei. Nee, nee, war keiner. So, das sah gerade zu aus. Ja, jetzt ist einer gegangen. Okay. Okay. Gut da. Ja. Na? Na? Wir hören es. Füllt gerade Flüssigkeit auf, oder was? Ja, ich bin irgendwie total. Du hast die letzte Zeit. Füllflüssigkeit. 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 Ja, bitte. Ja. Ja, am Husten. Hörnts. Hörnts. so top ist sagt man nix eine saune er war bei hirans er ist im keller er lebt noch ich bin mir sicher dass er im traitorraum ist ich höre nämlich türen dauernd auf und zu gehen das gleiter geht hoch muss oben rausgekommen sein irgendwo warum bist du verletzt ich bin nicht verletzt du bist verletzt ich bin nicht verletzt warum schleichst du hier ums haus rum zu hg ist es ich habe ganz leicht gefunden ich konnte aber nicht identifizieren ich habe nur eine leiche gesehen und ihr beide redet ich dachte ok hat ein bisschen ungefähr noch trotzdem zehn sekunden gedauert ich dachte scheiße ich bin nicht verletzt hg kam nämlich auch gerade aus der richtung schweizer raum schweizer raum ich bin nicht verletzt ich habe nur leiche schreien müssen hier ist leiche hohe wer ist das hey hörens mit dicke wurme und was süß hey warte das weiß ich leider nicht die beiden so weitergelaufen ich lauf da mal hin wo die waren beim traitor test hat einen in dir super 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 ich dreh gleich durch so kann ich schwer erklären ich wusste nicht wo du warst aber ist egal hat ja alles gut funktioniert aus dem teleport lab weiß ich nicht so schöner fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau 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 tschau